Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Philipp. Champions League, 1. Runde in der Champions League. Wenn wir heute ehrlich sind... Wir müssen erst mal wieder glauben, dass man Sieg und Spiele gewinnen kann. Das ist das Problem. Oh, nein. Das ist das Problem. Wir müssen erst mal... Wir müssen die Mannschaft erst mal in der Zeps... Zivilja ist eine sehr starke Mann. Wir müssen konzentriert bleiben, Leute, um dann dran zu bleiben, weil sonst wird die Champions League 8 nichts mehr. Und dann zieh mal raus aus der Champions League. Das wäre halt natürlich nicht so das Beste, wenn so passieren würde. Ja, aber langsam wird's halt... Wird's halt... Schwierig, Leute. Die Mannschaft zu... Weil wir haben die Mannschaft in den letzten 2 Jahren mega verstärkt, Leute. Gute, super spielen. Aber echt wie in der letzten Zeit kriegen wir die nicht auf dem Platz, Leute. Das ist das Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, wie... Wie kriegen wir die Mannschaft wieder hin? Wie schaffen wir es? Die Mannschaft... Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es? Wie schaffen wir diesmal? Ja, die Stimme ist noch gut, Leute. Wir müssen die Meter dicht machen, Leute, wir müssen die Meter dicht machen. Wir haben ein Messer. Jan Sommer ist in Sevilla gelandet. Jan Sommer ist in Sevilla gelandet. Und wir müssen die Mannschaft jetzt zur Zeit nicht im... Ja, die Mannschaft. Ja, die Mannschaft. Ja, die Mannschaft. Ja, die Mannschaft muss wieder ihr Können zeigen, Leute. Sonst wird's halt in dieser Saison eine Debakelsaison. Und dafür müssen wir halt jetzt diese Saison... Ja, wir gucken einmal, was passiert mit einem Mann sonst. Ja, die Mannschaft. Ja, die Mannschaft. Ja, die Mannschaft. Oma 2.0 Aber ich habe nicht mehr mit dem Messen Und ich habe es nicht mehr mit dem Messen Lass mal hier ein Mist. Und dann wieder gegen Thor Gassier und wieder gegen Jungen die Mannen. Und jetzt, heute kriege ich es hin, Leute. Aber in der Premier League sind wir einfach nicht gut genug, eher hier mit der Mannschaft auf dem Platz. Aber wir müssen ja in der Premier League das Spiel hier so... ... 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 Ja, das ist halt ein bisschen... Boah, Alter, Junge, das machen wir mal, ne? Aber kann Liverpool heute den ersten Sieg in dieser Saison ohne offiziellen Sieg? Der erste, zweite Sieg in dieser Saison insgesamt landete. Der erste Sieg in dieser Saison. Oh Mann, wichtiges Ergebnis für das Ding, ne? So wichtig, ne? Sehr wichtig, ne? Ja, wo haben wir denn? Nicht nur von ihm, ne? Wir hängen eigentlich nicht von ihm allgemein, wir hängen komplett in den Zeilen. Oh, ja, jetzt zumindest gehören wir. Aber es sieht halt hart aus, wie die Saison wird. Er hat halt gut gespielt heute. Aber ein Problem ist trotzdem, wir haben diese Saison noch nicht richtig geleistet. Du weißt nie, Sevilla ist nur noch zwei Tore hinne dran gewesen. Da haben wir wieder die Abwehr so straflos gelassen haben. Ja, das war... Das war das Ding, weil wir die... So, Leute, jetzt spielen wir gegen Liverpool, äh, Everton. Aber, Leute, das Spiel werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Somit sagt, euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis zum...